Backlinks aktiv aufzubauen ist einer der schwersten Disziplinen im SEO. In diesem Video zeige ich dir vier Methoden, die wir verwenden für den Backlink Aufbau. Methoden, die du vielleicht nicht in jedem Blogartikel oder jedem Video zu dem Backlinks vielleicht mitbekommst. Das Schöne daran ist, dass sich diese Methoden auch kombinieren lassen und wie gesagt in der Praxis relativ gut funktionieren. Mein Name ist Sebastian Brasker, ich bin Inhaber und Geschäftsführer einer erfolgreichen SEO-Agentur aus Österreich. Wir helfen kleinen sowie großen Unternehmen national oder in ganz Europa dabei, mit SEO noch erfolgreicher zu werden. Erste Thema ist der Backlink-Exchange-Strategie. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Umso sichtbarer deine Website ist, umso öfters bekommst du Anfragen von anderen, die Backlinks bei dir aufbauen wollen. Ich habe bis dato diese E-Mails eigentlich standardmäßig in den Spam-Ordner verschoben und habe aber dann eine Methode kennengelernt und habe einfach begonnen, auf diese E-Mails zu antworten. Egal jetzt auf englischsprachig, deutschsprachig, ich habe es einfach mit jedem hier Antworten geschrieben. Und ich habe einfach vorgeschlagen, diesen Personen, die mich kontaktiert haben, ob wir nicht einen Link-Tausch machen können oder eine Art von Kooperation. Jetzt sagst du vielleicht, Link-Tausch, das sieht Google sofort bzw. gibt es hier ein Problem. Wenn wir uns dein Link-Tausch-Programm anschauen von Google und deren Definition, dann ist im Deutschen wie im Englischen eigentlich immer die Rede von exzessiver Link-Tausch bzw. Link-Aufbau. Das heißt, wenn du das übertreibst, natürlich, das ist so wie bei allem, die Dosis macht das Gift, dann ist das natürlich schädlich. In unserer Erfahrung hat es aber immer was gebracht. Kommt aber natürlich darauf an, in welchem Stadion dein Projekt gerade ist. Also Methode 1 heißt, wenn du Anfragen bekommst, dann nicht lösche, sondern antworte und frage einfach nach einem Link-Tausch. Methode 2 ist die Gastautorenpartnerschaft. Was ist, wenn dieser Link-Tausch nicht möglich ist? Aufgeben niemals, man gibt außer einem Brief auf der Post nichts auf. Du kannst einfach fragen, ob ihr eine Gastautorenpartnerschaft macht. So, was ist das? Auf die Idee hat mich ein anderer Outreach-SEO-Berater gebracht. Ich habe nämlich folgende E-Mail bekommen. Zu den Gastartikeln. Der Vorschlag ist ganz einfach. Bei den nächsten Gastartikeln, die ich für eine andere Website schreibe, werde ich einen deiner Top 3 Artikel, die du pushen möchtest, einfach auch gleich mit verlinken. Im Gegenzug findest du deine Gastartikel auf Fremdzeiten, eventuell Platz für einen Link auf meinen Artikel. Was hältst du davon? Viele Grüße, Christian. Ein paar Tage später habe ich folgende Nachricht bekommen. Eventuell wird demnächst ein Artikel auf. Veröffentlicht mit einer Verlinkung zu unserem SEO-Artikel. Ich kann aber noch nicht versprechen, dass es ein dofollow wird. Wenn ja, ist das für euch ein dr90 Link von mir an euch. Mal sehen, ob ihr das toppen könnt. Der Link ist tatsächlich dann auch zustande gekommen. Methodik ist ganz einfach. Das heißt, immer wenn ihr, also ihr macht Gastartikel, ihr schreibt es auf anderen Blogs, ihr kontaktiert die, ihr sucht Themen aus, schreibt hochwertige Inhalte. Eine Methodik, die man glaube ich kennt. Aufwendig, aber ich finde es sehr nachhaltig. Und man macht das in Partnerschaft. Das heißt, ihr holt euch einen Partner, setzt die Links in den Artikeln des anderen und vice versa, er macht eben das Gleiche. Also, du kannst einfach überlegen, wer im Umfeld könnte für so eine Strategie oder Partnerschaft zustande kommen oder in Frage kommen. Und beziehungsweise du kannst auch bei diesen Outreach-E-Mails genau das vorschlagen. Das heißt, wenn du wieder so eine E-Mail bekommst, die du früher in den Spam-Ordner verschoben hast, kannst du jetzt fragen, ob so eine Gastautoren-Partnerschaft eben Sinn macht. Thema Nummer 3, Outreach mit ganz klaren Worten. Wir bekommen alle tausende E-Mails pro Tag, sind da meist überfordert, meist lesen wir nicht mehr, sondern scannen nur schnell darüber und ordnen die E-Mail relativ schnell ein. Wir haben die beste Erfahrung gemacht mit Outreach-Kampagnen, wenn die E-Mail ganz knapp und relativ auf den Punkt formuliert ist. Da habe ich eine Vorlage für dich, aber zuerst, was ist der Ablauf einer Outreach-Kampagne? Das heißt, du suchst dir einfach Blogs heraus, die in deinen Themenbereich publizieren. Das können Agenturen sein, das können Online-Magazine sein, das können Corporate-Blogs sein, wie auch immer. Eine Methode natürlich, um solche Blogs zu finden, ist, du suchst Thema plus Blogs. In diesem Beispiel als SEO-Abstand-Blogs, in der Google-Suche eingegeben, da findet man eine Sammlung von eTelps, von unserer Agentur, wo wir 24 Blogs erwähnen, aber sonst gehe ich einfach Beispiel für Beispiel, schreibe ich mir einfach heraus. Die schreibe ich mir in ein Excel-Dokument, liste die einfach auf und was brauchen wir jetzt? Die E-Mail-Adresse. Das kann man mit sozusagen E-Mail-Scrapers machen. E-Mail-Scrapers sind eben Programme, die auf die Website gehen und E-Mail-Adressen suchen. Da gibt es Tools dazu. Wenn dir die Suche nach Tools oder dir keine bekannt sind, dann kannst du auch auf Fiverr gehen, da kriegst du um ein paar Euro, machen die das für dich, denen schickst du dir die Excel, die scrapen dir das runter, für die auch ganz wenig Arbeit, somit zahlt sich das voll aus für beide Seiten, falls dir das technisch einfach zu wild ist, E-Mail-Scraper zu verwenden. Dann sende diesen eine E-Mail und bei uns hat einfach eben folgende Vorlage ganz gut funktioniert. Hallo, mein Name ist, hier setzt du deinen Namen ein, ich betreibe einen Blog zum Thema SEO und Online-Marketing. Um meine Reichweite zur Steigung suche ich im Moment nach Möglichkeiten, Gastartikel zu veröffentlichen und bin auf deine Website gestoßen. Wäre ein Artikel zum Thema SEO und Webdesign für dich von Interesse? Gib mir bitte kurz Bescheid. Liebe Grüße, Sebastian. Ich bin kurz auf dem Punkt, man kann das natürlich erweitern, aber wie gesagt, wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass ich umso kürzer die E-Mail eigentlich umso besser. Sollte diese Person euch reagieren und den Gastartikeloption ablehnen, dann kannst du ihn ja Methode 1 oder 2 fragen, also Gastartikel, Partnerschaft oder einfach einen normalen Linktausch. Weil immer wenn du in Kontakt bist, kannst du eben versuchen hier mit dieser Person eine Beziehung aufzubauen bzw. in eine Partnerschaft zu gehen. Thema Nummer 4 ist die Skyscraper-Taktik. Ein bisschen anders aber. Die Skyscraper-Taktik wurde das erste Mal von backlinko.com, von Brian Dean zumindest ausführlich beschrieben. Der Prozess ist eigentlich, dass du dir ein Thema heraussuchst. Du analysierst alle Blogartikel, die dafür ranken und versuchst dann einen Artikel zu erstellen, der zehnmal besser ist als der Inhalte, die es im Web gibt. Danach schaust du auf alle Blogartikel, die ranken und welche Links dorthin aktuell zeigen. Das kannst du analysieren im SEMrush mit dem Backlink-Gap-Tool. Hier fügst du alle Blogartikel ein und kannst dann eben analysieren und siehst, welche anderen Webseiten auf diese Blogartikel verlinken. Wieder mit Hilfe von E-Mail-Scraper kannst du dann die E-Mail-Adressen heraussuchen und schreibst denen einfach eine Nachricht, um einfach den Link zu tauschen. Das heißt, Webseite A hat früher auf einen Blogartikel Y verlinkt und wir schreiben Webseite A an, um nicht mehr auf Webseite Y zu verlinken, sondern jetzt auf unseren neuen Artikel, der ja up to date ist, zehnmal besser, was auch immer. Das ist die Grundlogik von Skyscraper. Das Problem ist, Menschen wollen alte Blogartikel meist nicht bearbeiten. Es ist Aufwand, das bringt ihnen nichts, nur den Mehrwert für eine bessere Quelle. Also sie haben einfach nichts davon, wenn sie das tun. Deswegen war unsere Erfahrung, dass das einfach nur extrem träge funktioniert. Der Aufwand, ein 10x Artikel zu erstellen, ist wahnsinnig aufwendig und der Outcome der Links war eigentlich okay. Mit der Zeit entsteht meist was, aber das ist meist eben, dauert das sehr, sehr lange. Wir haben dann den Spieß ein bisschen umgedreht und haben folgende E-Mail formuliert, die wir einfach herausgeschickt haben. Hallo, in deinem Artikel, hier im Beispiel SEMrush Google Mom Suchergebnisse, verlinkst du auf diesen Artikel Blog Google Introduction Mom. Ich habe einen aktuelleren und ausführlichen Artikel über Google Mom geschrieben. Hier mein Artikel und der Link darin. Was kostet mich, wenn du diesen Link tauschen würdest? Liebe Grüße, Signatur. Ja, ich brauche Budget dazu. Ganz ohne Budget ist im Backlink-Building es eh ganz schwierig. Aber das Schöne ist, folgende Erkenntnis haben wir gemacht, wenn wir diese Methode verwendet haben oder wenn wir sie verwenden. Im Durchschnitt bekommen wir dadurch einfach mehr Antworten, also mehr Response als sonst. Denk dran, wenn die auch irgendwas ablehnen in dem Sinn, kannst du noch immer anfragen, Methode 1, 2 oder 3, die ich dir erklärt habe. Also du hast jetzt ein volles Repertoire an Möglichkeiten, um mit jemandem zu kooperieren. Im Durchschnitt bekommen wir auch öfters kostenfreie Links, als wenn wir diesen Satz nicht dazu schreiben, was für ein Budget. Weil der sagt, okay, wenn die bereit sind, dafür zu zahlen, oder ich weiß nicht, was psychologisch stattfindet in den Köpfen da draußen, aber Fakt ist, dass wir einfach mehr Links bekommen und manche sagen, ach pfeift drauf, ich setze es dir kostenfrei. Wenn die mir antworten, einen Preis, der vielleicht utopisch hoch ist, dann kann ich den ja auch natürlich ablehnen und wie gesagt Methode 1, 2 oder 3 vorschlagen. Wenn du dich aber in den Admin, in den Webadmin, das dein Gegenüber versetzt, ist es natürlich angenehm. Der muss genau zwei Sekunden Arbeit gefühlt oder von mir ist zwei Minuten Arbeit investieren, bekommt dafür vielleicht 100, 300 oder 500 Euro oder wie auch immer, wie wertvoll einfach diese Linkquelle ist und der muss genau auf den Blogartikel gehen, tauscht den Link eins zu eins aus, Ankertextblock gleich und hat in paar Sekunden viel Geld verdient. Und das ist natürlich mehr Motivation, als wenn natürlich jemand etwas nicht bekommt. Fandest du den einen oder anderen Gedanken in diesem Video hilfreich, dann würde ich mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und falls du das noch nicht machst, du den SEMrush Deutschland Kanal abonnierst, damit du keiner dieser spannenden Videos mehr verpasst. Schau dir auch gerne gleich das nächste SEMrush Video an, das ich dir hier einblende und ich freue mich, dich in einem der nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen.